Feuer frei, Samurai, Yami, 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 Kawaii, Samurai, im Wi-Fi, auf der Suche. Sexiness ist ein Lebensgefühl. Du gehst raus, siehst den anderen nicht als Gegner, als Feind. Du gehst raus und feierst dich selber irgendwo. Aber hier nicht egomäßig total überzogen mit einer riesen Faunbrille auf und sonst was. Sondern nein, du fühlst dich einfach gut. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann ist es auch okay. Dann nimmst du das an, aber du gehst raus und hast eine gewisse Sexiness. Und lächelst mal jemanden an, mal sehen, was zurückkommt, wenn er komisch guckt. Dann ist es aber auch nicht mein Problem. Einfach dieses rauszutragen und keine Ahnung, das kann auch mal sein. Ich glaube, auch Verspannung, diese Verspannung mal zu lösen. Das kann eine Rückenmassage sein, das kann mal ein netter Talk sein. Das kann ganz viel sein. Und das ist irgendwie eine innere Einstellung der Sexiness den Menschen gegenüber. Ganz genau. Und ihr könnt passend zum Geruf schon mal ein bisschen mitklatschen. Wow, was für ne Frau. Augenlider aus Plastik. Augenlider aus Plastik. Uhu, du meine Sailor Moon. Treffpunkt auf der Convention. Tag für dich, heut Extensions. No, no, no. Das ist keine Show. Mit Coffs, Paint und Styrodur. Werd ich zur Manga-Figur. Baby, please, love me all night. Kurzes Kleid, lange Schwert. Feuer frei und... Feuer frei. Samurai. Yummy, 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 Kawaii. Woo! Samurai. Hey, im Wi-Fi, auf der Suche nach der Liebe und am Bonsai. Hey, hey, heißes Anime-Girl. Renn für dich durch die Wälder. Verkleidet als Zellatz heißes Kleid. Uhu. Fight for your ride. Tekken auf dem Machu Picchu. Julia Chong versus Yoshimitsu. Oh, yeah, yeah. Eglis-Bardysuit. Wir zwei schon mittags vor zwölf. Fight kreit und eins elf. Baby, please, zieh dich bloß nicht aus. Ich greif dich an, du greifst mich an, wenn du dich traust. Oh, na, 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 na. Feuer frei. Samurai. Yummy, 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 Kawaii. Samurai im Wi-Fi, auf der Suche nach der Liebe und am Bonsai. Samurai. Samurai. Yummy, 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 Kawaii. Samurai nach zwei Mai-Tai, auf der Suche nach der Liebe und am Bonsai. Samurai. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.